Wie gut machen wir das eigentlich? Wie gut machen wir eigentlich unseren Job, Sascha? Was ist deine Bestandsaufnahme, jetzt auch vielleicht mit Blick auf unseren Journalismus über den Krieg in der Ukraine? Wir machen diesen Job extrem gut, also gerade ich. Aber natürlich gibt es so ein paar Details, die vielleicht sogar noch verbesserungswürdig wären. Tatsächlich glaube ich, dass sich das Bild des Journalismus in den Köpfen vieler Menschen entweder bewusst oder unbewusst verbessert hat durch die Corona-Krise. Und auch durch und mit Corona konnte man zwar in der Berichterstattung ganz viel kritisieren, aber wie seriously fucked wären wir denn gewesen, wenn der Journalismus nicht die Qualität entwickelt hätte, die er entwickelt hat? Was nicht heißt, dass es nicht viel Kritik gab und auch sinnvollerweise Kritik gab. Aber ich habe den Eindruck, dass die Corona-Krise so ein bisschen gezeigt hat, wie wertvoll Journalismus sein kann und wie viel er auch vielen Menschen bedeutet.